Wir wollen häufig gerne die Gesamtzusammensetzung eines Objekts, eines Gesteins, einer Komponente oder sonst irgendwas wissen. Und gerade in der Kosmochemie haben wir dafür oftmals nur einen Dünnschliff zur Verfügung. Das heißt, wir schauen uns das Ganze dann im Zweidimensionalen an und wollen dann wissen, wie ist die Gesamtzusammensetzung eines CAIs, einer Chondre, der Matrix, des gesamten Schliffs und so weiter. Und hier will ich mal erklären, wie man sowas machen kann. Und zwar anhand dieses Beispiels hier einer Chondre. Das ist ein Falschfarbenbild. Hier in Blau ist Birxen und Rot Oliven und in Grün Felsspat. Da die einzelnen Farben keine Rolle spielen, werde ich jetzt nun mal weiter von den Farben reden. Das ist dann etwas leichter. Jetzt wissen wir zwei Sachen hier. Die erste ist die Zusammensetzung dieser verschiedenen Farben. Also zum Beispiel, wie viel Silizium ist in Blau, wie viel Silizium in Rot und wie viel Silizium ist in Grün drin. Was wir natürlich auch noch machen können, ist den Anteil der verschiedenen Farben abzählen. Also wie viel Pixel Rot gibt es, wie viel Pixel Blau und wie viel Pixel Grün gibt es. Das nennt man dann den Modalbestand. Der Modalbestand von Blau, von Grün, von Rot. Oder eben der Modalbestand von Pyroxen für Oliven und von Felsspat. Und daraus, aus diesem Modalbestand und der Zusammensetzung dieser verschiedenen Phasen, können wir dann eine Gesamtzusammensetzung ausrechnen. Zunächst kann man hier das einfach abzählen. Und vielleicht hat man dann so etwas wie blaue Pixel, sagen wir mal 200, rote Pixel vielleicht 1000 und grüne Pixel vielleicht 100. Dann haben wir eine Gesamtsumme von 1300 Pixeln. Und jetzt kennen wir die unterschiedlichen Zusammensetzungen. Sagen wir mal, im Blau sind 20% Silizium drin. Und jetzt wollen wir wissen, wie viel machen diese 20% am Gesamten aus, an der gesamten Kontra. Also die gesamte Kontra ist ja 1. Und wie viel machen diese 20% von dieser gesamten Kontra aus. Das heißt, weil die Gesamtkontra 1 ist, aber wir hier eine Gesamtsumme haben von 1300, müssen wir diese 1300 erstmal auf Anteile umrechnen. Also was ist der Anteil von Blau in diesen 1300? Und was man hier macht ist, man nimmt dann das Blau, also diese 200 und teilt die, geteilt durch 1300. Also durch die Summe eben all dieser anderen Farben hier. Und wir kommen dann hier ein Ergebnis raus, das wäre dann so etwas wie 0,15 oder eben 15,38% an Blau. Und diesen Anteil können wir dann multiplizieren mit der Menge an Silizium da drin. Also das wäre jetzt ja in dem Fall 20%. Also könnte ich hier davor schreiben und ich will es vielleicht mal etwas anschaulicher darstellen. Also wir haben hier unten diese 1300, das könnte ich auch hinschreiben, 200 plus 1000 plus 100. Und hier oben waren das eben diese 200. Und dann haben wir den Anteil, das sind diese 0,15, den Anteil von Blau in dieser Gesamtkontra. Und diesen Anteil multipliziere ich dann ein bisschen 20%. Das kann ich dann hier oben hinschreiben, ob ich das vorne hinschreibe oder oben hinschreibe, ist das gleiche. Und das gibt mir dann den Anteil von Silizium in der blauen Phase. Und dazu addiere ich den Anteil von Silizium in der roten Phase. Jetzt so ein rot, es sind 25% Silizium drin, sagen wir mal. Und das sind 1000 Pixel. Und dazu addiere ich jetzt außerdem noch den Anteil von Silizium, sagen wir mal 40%, in den grünen Pixeln. Davon gab es 100. Und wenn ich dann das hier alles in der Form zusammenzähle, kriege ich die Gesamt-Silizium-Konzentration in dieser Kontra. Also ich kann es hier ausführen und dann kriege ich hier eine Zahl raus. Wenn ich hier so ein Ende hinschreibe, dann kriege ich eine, wenn man es kennt. Und das heißt, die Gesamtzusammensetzung sind 25,38 Gewichtsprozent Silizium in dieser Kontra. Und das ist das, wie diese modale Rekombination im Prinzip funktioniert. Jetzt hier noch ein paar Sachen dazu. Zum einen ist hier jetzt der Nenner unten immer gleich. Da steht immer 200 plus 1000 plus 100, 200 plus 1000. Das heißt, ich kann das zusammenziehen. Das bedeutet, ich kann das hier, hier oben mit dazu schreiben. Plus und auch noch hier oben plus das hier. Und dann ist das hier das Gleiche. Das Ausführen kommt das Gleiche raus. Das macht die ganze Sache schon etwas einfacher und übersichtlicher. Jetzt ist es aber noch so, dass die unterschiedlichen Phasen da drin, Olinien, Pyroxen und so weiter, unterschiedliche Dichten haben. Und ich möchte das mal mit extremen Zahlen etwas veranschaulichen. Also angenommen, das hier vorne war blau und sagen wir, blau hat eine Dichte von 1. Und das hier ist rot und das hat eine Dichte von 2. Eine Dichte von 2 heißt, dass hier einfach doppelt so viele Silizium, doppelt so viel Silizium drin ist. Das bedeutet an der Stelle, das wäre so, als hätte man doppelt so viel Silizium, als hätte man nicht 1000 Pixel, als hätte man 2000 Pixel. Ja, dann würde man hier hinschreiben, zweimal diese 1000, weil das doppelt so viele sind. Jetzt muss diese, wenn hier 2000 steht, dann muss natürlich diese 2000 auch hier unten auftauchen. Dann kann hier nicht 1000 stehen, sondern muss hier auch stehen, zweimal 1000. Und wenn hier hinten die Dichte von dem grünen, von dem Feldspat, vielleicht 3 ist, dann wäre es hier nicht, als wären es hier 300 Pixel. Das heißt, wenn es hier dreimal dieses 100, dann muss auch hier unten das 3 mal 100 stehen. Und das Blau war jetzt zwar 1, aber an sich müsste hier auch 1 mal 200 stehen und hier unten natürlich auch 1 mal 200. Und in der Form hat man noch die Dichte hier mit reingebracht und hat für die unterschiedlichen Dichten korrigiert. Und deshalb nennt man es eine Dichte-Korrektur. Und diese Dichte-Korrektur, die muss bei dieser modalen Rekombination immer mit dabei sein. Aber dann hat man auch mit dem, was hier steht, die finale Version der modernen Rekombination stehen. Das heißt, man kann das Ganze dann auch noch ein kleines bisschen umschreiben. Ich lasse das vielleicht einfach mal stehen, damit man das gleich besser sieht. Dann schreibe ich hier noch mal einen Bruch hin. Das hat mir hier oben stehen, das hier ist die Konzentration eines Elements. Da schreibe ich einfach nur mal ein C hin. Und ich belasse es dabei, ich könnte es auch noch C-Element schreiben, aber so wird es ja noch einfacher. C-Element mal, da kommt diese 1, die 1 war die Dichte. Dafür schreibe ich dann mal hier ein D hin für die Dichte. Oder ich könnte auch ein Rho hinmachen. Ich lasse es mal beim D. Rho für die Dichte, also das griechische Rho für die Dichte. Und dann steht hier als drittes die Pixelzahl. Und das ist ja der Modalbestandteil und der wird oftmals mit einem großen X angegeben. Das heißt, hier unten steht dann mal X und dann das Ganze plus und dann würde ich das Ganze noch mal hinschreiben. Also das wäre im Grunde genommen C1, D1, X1 dann plus C ich kann es auch mal schreiben C1, D1, X1 und dann würde ich hier an der zweiten Stelle dann schreiben 2, 2, 2 und so weiter. Und hier unten würde es stehen, das war die Dichte, das heißt hier steht D1 mal, dann kommt hier das dann ist X mal X1 plus und dann D2 mal X2 und das ist dann etwas formalisiert und jetzt kann man das Ganze noch mal anders schreiben und zwar indem man das ist ja eine Summe hier da würde jetzt der nächste stehen plus C3 D2 3 und so weiter deshalb kann man das auch als eine solche Summe schreiben also man hat das also man hat dann hier das hier cruc 당t à antic und dann kann man hier hinschreiben dass das eine solche solche Summe ist. Also könnte man das Ganze hier jetzt mal weggelassen. Dann würde hier stehen, Summe von cdx geht halt durch Summe von dx. Und das hier unten, ganz zum Schluss, das ist diese Formel für die modale Rekombination inklusive einer Dichtekorrektur. Und wenn man jetzt das Ganze nicht machen möchte für die Elementzusammensetzung, sondern für, sagen wir mal, eine Isotopenzusammensetzung, dann muss man hier noch die Zusammensetzung der Isotope hinzufügen. Und das würde, ich mache das jetzt nicht mehr im Detail, das würde aber äquivalent zu allem oben laufen, bloß man braucht dann noch für die verschiedenen, also man braucht ja auch die Konzentration der Elemente. Die Konzentration der Elemente würde hier wie so eine Art Dichte funktionieren, weil, wenn in einem, in einer Phase mehr eines Elements, sagen wir mal, Eisen drin ist, dann hat es natürlich auch auf die Gesamtisotopien größeren Einfluss, als wenn in einer anderen Phase weniger Eisen ist. Deshalb, das Einzige, was hier dazukommen würde, wäre hier dann noch die Zusammensetzung, die Isotopenzusammensetzung, als würde man noch hier hinzufügen, zum Beispiel Delta. Und da jetzt die Konzentration, die Menge der Konzentration, so etwas Ähnliches, wie vorhin die Dichte war, muss dann die Dichte noch mit hier nach unten, also für die muss dann auch normalisiert werden. Das heißt, wenn eben in einer Phase 20% Eisen drin sind, dann ist das so, als wären da, und im anderen Element, in der anderen Phase 10% Eisen drin sind, das heißt, in der einen Phase ist doppelt so viel Eisen wie in der anderen, ist das so, wie wenn doppelt so viele Pixel da wären, wie es vorher eben bei der Dichte war. Deshalb kommt es hier oben, die Konzentration ist wie die Dichte, und deshalb muss die nachher auch mit hier unten. Das heißt, das hier ist die modale Rekombination für die Elementzusammensetzung. Also ich kann es dir da vorstellen, C-Balk ist gleich das, und das hier unten ist die modale Rekombination für die Isotopenzusammensetzung, also Isotop-Balk von mir aus ist gleich das. Und das ist das, wie die modale Rekombination funktioniert, um die Gesamtzusammensetzung von Komponenten, Gesteinen, eines ganzen Schlips auszurechnen.